So, äh, Trackmania Streber, Marc hier, das Licht ist kaputt, alles etwas dunkel macht nichts. Ich habe gestern den, ähm, ähm, den Track sehr lange gehuntet und habe es, das war ein Nesca-Track, habe es in die Top 50 geschafft, das ist damit neuer Rekord, so gut war ich noch nie. Freue ich mich? Ähm, wo war jetzt schon wieder? Ich habe gerade schon einmal kurz reingeguckt, bin aber noch nicht gefahren. Castle Assault, so, das wird wahrscheinlich ein Fullspeed-Trick sein. Die Autore-Medaille habe ich schon nachgeguckt, 45,9,3. Die werde ich jetzt dranhängen, die Autore-Medaille. Ja, das wird reichen, ne? Ja, reicht. Ja, ich bin enttäuscht, ich bin einfach enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt so viele gute Tracks und die nehmen schon wieder einen Fullspeed-Trick. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Naja, okay. Lass es hier so stehen. Ja, ist, ja, ist, ah, sieht auch ganz schön aus, so ohne Beleuchtung. Boah, weiß ich nicht, ob ich den hunte. Aber letztes Mal beim Fullspeed-Trick habe ich auch gesagt, dass ich den nicht hunte und dann habe ich den doch gehuntet. Schwierig. Muss ich mal schauen.